Über die kleine Doppels, hier auch noch mal, hier auch noch mal, hier auch noch mal. Hey und Servus zusammen, cool dass ihr mit am Start seid. Heute mal wieder unterwegs mit dem GoPro Man Himself. Der kleine Max hier, am Einstellen von der GoPro. Wir sind unterwegs heute, ich auch ausnahmsweise mal hier mit dem Non E-Bike, dem Lapierre Spicy. Schauen wir mal, was passiert. Wir haben Bock auf geile Trails. Traumhafter Tag, kurz vor Weihnachten. Wir sehen uns gleich wieder vom Bike. Und wir starten los hier. Heute beide mit Non E-Bikes unterwegs. Hat der Max auch mal nix zu meckern. Hier eher so Up and Downhill im Wechsel. Da lacht er. Uiuiuiui. Oh. 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 Schöner Rutschig, he. Ja. Sauber. Sauber durchgezegelt. Sauber. Sauber. Wo bleibst du stehen? da bleibt er mitten in der fahrt stehen der kerl hey schöne knallung und da los her da war ich doch auf einmal im weg ja man merkt wir sind schon perfekt eingefahren ist das hier schön frei der erste run seit lange mal wieder mit dem non ebike super super wow los los ha 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 schöne saue roi her ja 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 das ist dann fette klumpe aber einmal so ein spritzer ist halt mit kohlen so ja ich bin當 archiv Max ist wieder einsatzbereit, Sicht wieder hergestellt. der ist stumpf Schlammschlacht hier und nächster trail, warte mal, scheiße ich habe hier Klassiker, Dämpfer, sorry Schade, genau an den zwei Stellen hier Max Richtig richtig rutschige Angelegenheit hier heute, also macht an manchen Stellen nur bedingt Spaß Sieht ihr auch schon da vorne, wie hart der Max am strugglen ist, hier bei dem ganzen Wurzel, Matsch, Stein und Feuchtigkeitsgiraffe Die nächsten drei Tage soll es noch durchgehend regnen, da wird das ganze hier natürlich nicht besser Alter, 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 ich komme mir vor hier wie beim Supermoto, in jeder Kurve hier, dem Fuß draußen Leck mich ab, doch, in der Felsch Wow, wow Next trail Alter, 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 was eine Schlammschlacht hier am Start, über die kleine Doppels Hier auch nochmal Hier auch nochmal Hier auch nochmal Hier auch nochmal Oh yeah Wir sind wieder zurück aus dem Wald und war eine geile Runde ziemlich mit Dreck im Auge Ziemlich mit Dreck im Auge hier beim Max, aber vollkommen egal, hat Spaß gemacht, Sonne scheint, schöner Tag, kurz vor Weihnachten, Leute haut rein, wir sagen ciao, euer Toffer und frohe Weihnachten, euer Max